Das Iduri ist ein junges, innovatives Gastronomie-Konzept, das die aufregenden Gerichte von Indienstraßen modern interpretiert. Das Besondere hier ist die frische Zubereitung der Küche, gerade die offene Küche, womit wir Transparenz und Vertrauen schaffen wollen. Auf der anderen Seite auch unsere moderne Präsentation, das Ambiente, wo wir eine ganz andere Atmosphäre auch schaffen wollen für die Gäste. Ob klassische Curries oder spezielle Sandwich-Kreationen, serviert auf Villaroy und Bochgeschirr, alles wird in einer offenen Showküche frisch zubereitet. Auf die Idee sind wir gekommen bei einer Reise, wo wir zu Tritt in Indien waren. Und das Straßenbild Indien ist geprägt von verschiedenen Essensständen, Straßenrestaurants, sogenannten Dabbas und das soll unser Konzept hier auch reproduzieren. In den Straßenrestaurants wird einfaches, aber raffiniert schmeckendes Essen zubereitet. Ein pulsierender Schmelztiegel der Aromen, eine einmalige Geräuschkulisse mit schillernden Farben und berauschenden Düften. Also der Gast, wenn er hier ins Restaurant reinkommt, soll in eine ganz andere Welt eintreten. In eine Welt, wo er ganz andere kulinarische Erfahrungen mitnimmt, auch so eine gesunde Hektik bei uns erlebt und er die ganzen visuellen Reize hier einfach mitnimmt. Dazu wurde die gesamte Inneneinrichtung in einem bunten Design-Patchwork aus Materialien, Oberflächen und Farben angelegt, das die Kultur des indischen Alltags zitiert. Der Gastraum des Itdori simuliert mit einer Länge von 16 Metern eine orientalische Straße. Spitzbogenpaneele und kunstvolle orientalische Fenstergitter zeigen indische Architekturelemente. Mittendrin im Gastraum steht der imposante Säulenwaschtisch Oktagon. Da sind wir drauf gekommen, weil in Indien traditionell mit der Hand gegessen wird und wir uns eine Lösung dafür überlegt haben, was machen die Gäste, nachdem sie gegessen haben. Und da war das Oktagon, also der Waschtisch, das perfekte Element für. Mit Oktagon bietet Villaroy & Boch ein Meisterwerk an Präzision und Handwerkskunst, das alles vereint, was die Materialinnovation Titan Ceram ermöglicht. Das Designer hat sich vom ersten Moment direkt beeindruckt, als wir das Papier gesehen haben, haben gesagt, das muss bei uns in den Laden rein. Das Itdori überrascht seine Gäste auf vielen Ebenen, auch in den Waschräumen. Die Herren dürfen im überfüllten Pendlerzug in der Holzklasse mit Durchsagelautsprecher und Ventilatoren reisen. Die Damen im mondänen Orient Express mit edlen Furnieren, goldenen Armaturen und gerahmten Spiegeln. Villaroy & Boch ist ein perfekter Partner für das Interieurkonzept des Itdori und anderer kreativer Top-Locations. rolled out. Musik Untertitelung des ZDF, 2020